Das ist so heftig. Das sieht aus, als hätte ich so eine Spiegel-App. Und man sagt ja, dass ein Gesicht erst schön ist, wenn es symmetrisch ist. Aber mal Spaß beiseite. Jetzt geht es um die wichtigen Themen. Es sind gerade harte Zeiten. Und ich wollte euch einfach mal was sagen, was euch vielleicht durch den Tag hilft, beziehungsweise durch den Abend. Es ist schon ein bisschen spät. Und das richtet sich gerade an alle Jungs. Ob klein, ob groß, ob dick, ob dünn. Also ich meine jetzt das da unten, weil das da oben interessiert mich nicht so. Aber egal welcher Junge, der das gerade guckt, an dich ist das. Du hattest bestimmt mal eine Freundin oder checkst mal bei Insta ab. Oder wirst irgendwann eine Freundin haben. Oder, keine Ahnung, hast eine Freundin. Egal welche Frau du kennst und egal welche Frau du geil findest. Egal wie nice sie sind und egal wie nice du die findest, ist es ein Fakt. Ich bin immer geiler. Ich weiß, ich weiß, man voll sinnlos. Ihr denkt euch jetzt, Mann, das wusste ich schon. Ich weiß, aber ich wollte euch nochmal sagen, egal welche Frau ihr seht oder kennenlernt, ich bin immer geiler. Und es ist nicht einfach für mich geiler zu sein und nice zu sein. Aber so ist das eben. Bis dann!